In diesem Film stellen wir Ihnen eine außergewöhnliche Frau vor. Sie ist Musikerin und nahezu stets auf Konzertreisen. Bettine Clement ist eine international bekannte Flötistin und hat in bereits 176 Ländern die Zuseher mit ihrer Kunst begeistert. Ob es nun in einer Konzerthalle wie die Royal Albert Hall in London oder das Lincoln Center in New York ist. Jedoch nicht nur die Konzerthallen dieser Welt sind ihre Bühne, sondern insbesondere auch die Bühne der Natur und Tierwelt. Das ist das Bemerkenswerte an ihrer Kunst, dass sie in ihrer wenigen Freizeit ihrer Liebe nachgeht, für die Tiere und die Natur zu musizieren. Wir wollen hier nur wenige Ausschnitte zeigen, wo Bettine Clement schon überall rund um die Welt und für welche Tiere sie gespielt hat. Es wird Sie überraschen, wie universell die Sprache der Musik für Mensch, Tier und Natur ist und uns miteinander verbindet. Musik норм zu Bettina, das Vogelkonzert fand ich bezaubernd, aber würdest du gern mal für Rotwild spielen? Ich habe hier ein Gehege gesehen, vielleicht könnten wir rüber gehen. Ich spazier hier oft. Ja, das würde ich wirklich gern mal probieren, wie die auf die Musik und auf die Indianerflöte reagieren. Sehr, sehr gern. Okay, dann marschieren wir rüber. Ich habe hier ein Gehege gesehen. Ich habe hier auch ein Gehege. Musik Hallo Bettin, an welchem Ort könnte es schöner sein, mit dir zu plaudern und zu spielen, als in einem Zoo, wie hier im Salzburger Hellbrunner Zoo, vor dem neuen Pinguin-Gehege? Ich habe jetzt ein paar Fragen an dich, vielleicht kannst du mir ein bisschen über dich erzählen. Zum Beispiel, wie bist du zur Musik gekommen? Hast du schon als Kind gerne musiziert? Also es hat sehr früh angefangen, als ich sechs Jahre alt war, habe ich jemanden Flöte spielen hören, in unserer Dorfschule am Chiemsee. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, ich werde Flötistin. Und daraufhin haben sie mir eine Geige gekauft. So hat es angefangen. Also du wolltest immer schon Flötistin werden? Ja, schon. Ganz früh schon. Haben deine Eltern auch musiziert? Mein Vater hat Geige gespielt, daher die Geige. Aber nach einem Jahr haben alle gesehen und gehört, dass es zu schmerzhaft war, mein Geigenspiel. Und dann kamen erst die Blockflöten und dann später viele, viele andere Flöten, Querflöten. Wie viele Flöten hast du eigentlich? Ich habe gehört, du hast eine ganze Menge. Also es sind über, ich glaube, über 110 jetzt inzwischen geworden. Weil auf meinen Konzertreisen sammle ich Flöten und jedes Land hat eine eigene Flöte. Verschiedene, aus verschiedenen Materialien, aus Holz, aus Bambus. Die zum Beispiel aus Gold und aus Bambus, aus Holz. Wo ist diese Flöte hier? Das ist eine Indianerflöte. Ah, okay. Die ist von Amerika, von den Indianern. Und das ist die Flöte, die die Tiere besonders gern mögen. Und dann diese Flöte hier, die sieht ja auch sehr interessant aus. Die ist aus China. Eine chinesische Bambusflöte. Oh, sehr schön. Und diese Flöte verwendest du bei den Konzertreisen? Also ich nehme meistens ungefähr vier oder fünf mit. Mehr kann ich auch gar nicht tragen. Und die Bassflöte, die ist sehr schwer und sehr lang. Aber in den Konzerten spiele ich vielleicht fünf oder sechs Flöten. Gibt es eine Lieblingsflöte? Alle. Alle. Also alle deine Flöten sind Lieblingsflöten. Sag mal, ich habe gelesen, dass du schon in 178 Ländern gespielt hast. Ich habe es jetzt mal gezählt. Aber ich habe so viel Glück gehabt, dass ich so viel reisen konnte. Und Musik ist ja die universelle Sprache der Welt. Überall, wo man hinkommt, Leute lieben Musik und verstehen Musik. Und nicht nur Menschen, sondern eben auch, das ist meine andere Leidenschaft, Tiere. Und in meiner freien Zeit spiele ich, wenn ich irgendwie Zeit habe zwischen den Konzerten, dann spiele ich für Tiere. Bettine, kannst du mir erzählen, in welchen Ländern, wenn du auf Konzertreisen warst, hast du mit Tieren gespielt? Und mit welchen Tieren? Also ich fange mal an in Island. Und ich war sehr oft in Island und da habe ich für die Islandpferde gespielt. Und das war wirklich immer wunderbar. Die kamen, also wilde Islandpferde auf der Weide irgendwo, die kamen und sind mir nachgefolgt. Und dann kamen sie ganz nah ran und sind sehr, sehr sensibel und sehr an der Musik interessiert. Und in Island habe ich auch für Wasserfälle gespielt. Das war auch ganz, ganz wunderbar. Und dann in Bali war ich auch oft. Und in Bali habe ich für einen Orangutan gespielt. Und der hat dann meine Indianerflöte genommen, hat selber gespielt, hat Töne rausbekommen aus dieser Flöte und wollte sie nicht mehr hergeben. Es war wirklich, wirklich ganz herzberührend. Ich wollte sie wirklich nicht mehr hergeben. Und dann in Südafrika habe ich für Elefanten gespielt. Oh, wie schön. Und da waren diese riesigen, wilden Elefanten, die standen so vor mir ganz nah auch. Erst habe ich ihnen Äpfel gegeben und dann haben sie zur Musik sich so hin und her bewegt. Es war auch herrlich. Und für Löwen. Oh, für Löwen? Ja. Toll. Aber da habe ich eben auch ganz vorsichtig sie gefragt, habt ihr am Abend vorher gut gefressen oder habt ihr gute Mahlzeit gehabt? Das ist schon wichtig bei denen. Das glaube ich, das glaube ich. Und die waren auch, aber wollten auch die Musik hören. Die Tiere lieben Musik. Dann Tiger in Thailand. Tiger, muss man auch fragen, ob sie gute Mahlzeit gehabt haben. Aber es sind auch ganz besondere Tiere, wunderschöne Tiere. Ja, die sind ja wunderschön. Man sieht es ja hier, die sind wirklich wunderschön. Das sieht man, gell? Ja, ja, ganz elegant. Elegant und sehr, sehr mächtig eigentlich und voller Kraft. Und dann für Pinguine habe ich sehr viel gespielt. Also zum Beispiel in Südamerika, wo ich auch mal gelebt habe, ich war im Orchester in Brasilien und hatte das das große Privileg für 250.000 Pinguine zu spielen. Hast du sie alle gezählt? Und die sind natürlich, die kommen immer im Frapp, die sind immer sehr schön angezogen, kommen ganz nah und hören wirklich zu und lieben Musik auch. Ja, und dann eine uralte Schildkröte. Für die habe ich auf St. Helena, das ist eine kleine Insel, aber da bei Afrika gespielt. Und diese Schildkröte war 220 Jahre alt. Und ich habe auch übrigens sehr viel für Kühe gespielt. Also ich glaube, wir unterschätzen Kühe. Kühe sind sehr gescheite Tiere. Ja, und auch sehr, sehr sensibel. Also zum Beispiel in Amerika habe ich mal für 140 Kühe und Bullen gespielt und Bullen kamen auch sehr nah. Da wurde es mir ein bisschen anders. Aber die wollten alle auch zuhören. Und hier auf so einer Almwiese habe ich einfach viele Konzerte in der Natur gegeben. Und zum Beispiel für viele Kühe und die kamen dann vom Hügel so runter. Die hatten alle Glocken an und man hörte die Glocken und plötzlich keine Glocken mehr, weil sie standen alle so nah und haben alle zugehört. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Vielleicht könnte ich mit dir fahren und dann schau mal und spielst du für Kühe. Das würde mich echt interessieren. Könnten wir doch mal organisieren. Das machen wir. Ja, das wäre echt nett. Würde mich freuen. Ich habe auch viele der Orte beschrieben, wo ich war. Also viele der Reisen. Zum Beispiel war ich sehr oft in Petrajordanien. Das ist ein ganz besonderer Ort. Es ist mitten in der Wüste und jetzt ist es eines der Wunder der Welt. Es ist aufgenommen worden als eines der Wunder der Welt. Und da sind diese Gebäude, die sind so aus dem Gestein gemeißelt und sind also sehr, sehr beeindruckend. Und da haben wir auch im Jahr 2000 einen Dokumentarfilm gemacht mit Musik. Sehr interessant. Und ich durfte auch ein Kamel, also durfte das Kamel reinreiten nach Petra und auch ein Pferd. Und das Kamel hieß Lorenz und es war wunderbar. Es war eine sehr schöne Zeit. Der Film ist dann im Fernsehen auch gekommen. Weil Petra ist eine der Haupttouristenziele auch. Es ist wirklich besonders. Und das ist wirklich besonders. Du hattest ein wirklich aufregendes und erfülltes Leben mit deinen Flöten. Bist du hauptsächlich Solistin oder spielst du auch mit dem Orchester? Also zuerst war ich im Orchester und meine allererste Stelle war genau hier im Mozarteumorchester vor einiger Zeit. Und deshalb, also Salzburg ist immer noch meine Lieblingsstadt in der ganzen Welt. Darum bist du wieder zurückgekommen nach Europa und wohnst ja nicht weit weg von Salzburg. Ich wohne jetzt in den Bergen, in den hohen Bergen bei Berchtesgaden. Das ist auch schön. Aber Salzburg liegt mir immer am Herzen. Es ist so wunderschön hier und es hat so viel Kultur. Es hat die Kunst, die Kultur und einen ganz besonders schönen Zoo. Findest du nicht? Der Zoo ist fantastisch. Also wirklich so natürlich. Man fühlt sich so richtig wohl. Man kommt weg vom Alltag und es ist ganz was Besonderes. Und ich glaube, die Tiere fühlen sich auch sehr wohl hier. Das spürt man irgendwie, gell? Weil es ist so, es ist mehr so wie in der Wildnis. Es ist mit den Felsen und es ist sehr natürlich. Sehr natürlich, sehr natürlich. Und da, also nach dem Salzburger Mozarteumorchester war ich im Münchner Bachorchester und dann in noch einigen anderen Belo Horizonte Sinfonie. Aber dann wurde in mir immer stärker dieser Wunsch zu improvisieren und auch andere Stile zu spielen und solistisch immer mehr zu spielen. Und dann habe ich dann die Solokarriere angefangen. Und was mir am allermeisten Freude macht, sind die Konzerte, in denen ich die Filme in die Musik mit einbeziehen kann, wo dann die Tiere, wo die Zuhörer dann die Tiere erleben und die Kinder der Welt. Ich spiele auch sehr gern für die Kinder der Welt. Ja, Kinder sind da. Und die bestimmten Plätze. Und dann erleben die Zuhörer so eine Art Reise. Und diese Konzerte und diese Shows habe ich überall auf der Welt gemacht. Und die kommen immer gut an, weil es ist so ein Erlebnis. Musik und Filme. Zum Abschluss noch hätte ich eine Frage. Was ist deine Botschaft für die Welt und für die Tiere? Also wir haben ja jetzt schon eine, sagen wir mal, fordernde Zeit. Für sehr viele Menschen ist es eine sehr fordernde Zeit. Und ich glaube eben, was uns wirklich helfen kann jetzt, ist mehr zur Ruhe zu kommen, mehr in die Natur zu gehen, auf die Bäume zu hören, auf die Blumen zu hören, die ja auch übrigens singen. In einigen meiner Konzerte habe ich eine Pflanze mitgebracht und die konnte man singen hören durch ein kleines Gerät. Und wir haben ein Duett gespielt. Also die Bäume und die Pflanzen haben auch Musik. Und ich glaube, dass uns die Natur jetzt sehr viel helfen kann, auch um wirklich zu begreifen, alles ist verbunden. Und ich glaube, dass uns die Natur jetzt sehr viel helfen kann, auch um wirklich zu gehen. Und ich glaube, dass uns die Natur jetzt sehr viel helfen kann, auch um wirklich zu gehen. Und ich glaube, dass uns die Natur jetzt sehr viel helfen kann, auch um wirklich zu gehen. Es ist wirklich so wunderbar mit Musik, um die Welt zu reden. Aber jetzt sind wir hier in Salzburg, in der Nähe von Salzburg, in den Alpen, mit Willi und Rudi. Und ich bin einfach immer wieder so dankbar, dass die Musik mir so viele Türen öffnet, so wie eine Brücke, die die unterschiedlichsten Kulturen und Rassen und Systeme miteinander verbindet. Ohne Worte. Ja, alles Leben ist wirklich mit Musik und Klang und Liebe verbunden. Aber eben nicht nur Menschen sind von der Musik berührt und durchdrungen, sondern eben auch Tiere und Blumen und Pflanzen und Bäume. Die Natur und die Tiere heilen uns Menschen und helfen uns. Und ich finde, es ist nicht nur einfach selbstverständlich, sondern wichtiger als je zuvor. Dass wir alle Lebensformen mit viel Liebe und Fürsorge und Mitgefühl und Respekt behandeln. Und dann können wir alle zusammen ein Liebeslied für unseren Planeten spielen und singen. Und dann können wir alle zusammen ein Liebeslied für unseren Planeten spielen. Und dann können wir alle zusammen ein Liebeslied für unseren Planeten spielen. Und dann können wir alle zusammen ein Liebeslied für unseren Planeten spielen. Und dann können wir alle zusammen ein Liebeslied für unsere Schäuert. Und dann können wir alle zusammen ein Liebeslied für unseren Planeten spielen schön. Und dann können wir alle zusammen ein Liebeslied für unseren Planeten spielen. Untertitelung. BR 2018